Er versucht es! Schosse lebt noch! So, was machen Sie draus? Die Chance zur Führung! So, geht er gleich gut um uns hier! Frühstor, das wird interessant hier! Stichwort der Plastik im Alter! Das könnte gefährlich werden! Jetzt vielleicht? Oh, Tor, den macht er, aber es braucht ein bisschen Glück dabei. Der Wald streift da den Pfosten noch. Genauer kann der Abschluss nicht passen. Und jetzt die Schoß. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Er macht sein zweites Tor heute. Ganz starke Leistung. Gibt es jetzt die Gelegenheit? Joao Blotter, wie macht er den denn rein? Der Kerl ist on fire. Das war schon sein drittes Tor im heutigen Spiel. Gute Chance. Starke Parade. Schuss bei Nucht. Flakke kommt ganz weit. Das ist der Treffer. Ein wunderschöner Treffer. So musst du den Ball erstmal treffen. Da hat er den Doppelpack. Sehr gute Leistung. Neuer Spielstand. 4 zu 2. Sechs Treffer haben wir ja bereits. Kurze Distanz. Das war dann nicht allzu schwierig. Das war dann nicht allzu schwierig.